Also mit diesen ganzen Handy-, PC- und Laptop-Geschichten habe ich schon so meine Mühe. Daher gibt es neue Versionen von irgendwelchen Programmen. Meistens werden sie gerade dann installiert, wenn ich wichtige Sachen am Schreiben bin, z.B. die nächste Besinnung für «Grüss Gott». Die neue Version ist dann meistens recht praktisch, das muss ich zugeben. Vieles geht schneller, das Foto wird schöner und meine Kontaktliste wird farbiger. Was will ich mehr? Ja, was will ich mehr? Ich beginne an zu überlegen. Das, was für die PC-Welt so einfach ist, ist für das Leben, für die Menschen, für uns alles andere als einfach. Wie gerne möchten wir ab und zu eine neue Version, z.B. von unserem Alltag? Von unserer jetzigen Situation? Von unserer Gesundheit? Von unserer Beziehung? Wie gerne möchten wir mal ein neues Programm laden? Dass wir das jetzt und das heute besser durchstehen können? Dass wir ein bisschen leichtfiesiger durch die Welt drohen können? Dass wir uns ab und zu wieder mal etwas leisten, ohne Wenn und Aber? Oder mal einen grösseren Ausflug machen? Solche Programme kann niemand kaufen, das wissen wir. Einen Wundertäter, der so alles Miesame auswechselt, gibt es auch nicht. Und dann wäre da noch das berühmte Zeichen des Himmels, auf das wir so gerne warten. Ja, wie ist das? Mit einem Zeichen des Himmels, das Neues verspricht? Im Alten Testament, in der Bibel, da sagt der Prophet Zechiel den Menschen, Gott wird euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Er hat ihnen sozusagen eine neue Version zum Hoffnungsschöpfen angeboten. Da haben die Männer und die Frauen aufgelöst. Das, was dieser hier sagt, ist also nicht nichts. Und es ist ihnen eingefahren, weil der Prophet hat ihnen das genau in einer Situation gesagt, die für sie aussichtslos, leer und dunkel war. Die Menschen haben gelöst und haben gemerkt, okay, unsere Situation ist schwierig, wir sehen jetzt gerade nicht weiter, aber wir leben noch. Unser Herz schlägt, unsere Sinne sind wach und unseren Geist, oder anders gesagt, unsere Gedanken können wir brauchen. Und das Beste ist, wir können mit Gott reden und er hört uns zu, das hat ihr Herz frei gemacht, das hat ihre Gedanken froh gemacht. Und das ist wirklich nicht nichts. Die Version ist schlicht und einfach alles. Auch du kannst sie getrost in dein Leben laden. Wie sie beinhaltet alles, was Hoffnung gibt, was Mut macht, was heilt und was einem Lächeln ins Gesicht malt. Was wollen wir?